Hi So neue Aufnahme startet Nächste Runde Time Fortress 2 Wo ist denn hier liebe... Ach da haben wir den Android 2000 gerade gesehen ATP ATLP ist Team Blu-Fi getrieben Hi ATLP Hallo guck mal hier Hahaha Jetzt los Wieso bin ich rot? Jihihi Nein Android 2000 wir jagen Heute Abend gibt es ATLP zum Warmessen ATLP am Spieß Nein Ja Ja es gibt jetzt wirklich gleich ATLP am Spieß wenn du im Team Rot bist Ich witz die Runde Es gibt ATLP am Spieß Und gleich gibt es Andries a la Gelöcher Nääää du willst ihn löchern i geht Boris lass du Hormone stecken Sagt es nicht mehr sag's Tobi 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 oben.de Wollte ich ja eigentlich machen Ah der haut ein kleiner Maurice vor mir ab Oh Gott Hier das kleine Tick Oh Maurice du wurdest getötet? Ja voll fies Jaa geschützt 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 Ich hab ein Salto gemacht beim Tod Dein Tod wird gar nicht umsonnt Doch eigentlich schon noch Ja Ich hab schon Oh fuck Holy crap Mama Ach scheiß die wandern Ja Noch einmal Wurde von so nem Eiszapfen gekillt ne Eiszapfen Au Au Ich auch Ää Anruid Ja Du lebst bei mir noch Hi Oh Komm her du scheiß Scout Ne komm wir mach jetzt Bogenflips überall an Ich hab mein Bogen grad ausgerüstet Was fürn Bogen hast du? Den äh Den Bogen halt Nein! Nein! Hä?? Höh ACLP is tot Haha der Andi ist raus Ja der Andi ist raus Höh du ein Held Ich glaub er wurde gekickt Was schneid die Bär? Geil. Ey Sparta, hast du ihn gekickt? Ja. Ja. Wir haben gelommen! Wir haben gelommen! Ah, das kriegst du wieder. ACLP ist tot. Ja, ACLP hat's wurde erwischt. Aber warum bin ich tot? Weil ich Platz 4 bin. Hey, Ando, bin ich besser als du. Ja gut, wenn ich einen Bogen hab, dann bin ich ja auch nicht so gut, ne? Ich hab auch nur einen Flammenwerfer. Jaja, bloß dir mal Bescheid um den Bogen. Für Schla... Für Schla... Für Schla... Für Schla... Für Schla... Ach man, wie wollte ich töten, mein Gott. Geh weg! Für Schla... Für Schla... Für Schla... Der Tobi X Gamer ist online. Echt jetzt? Kann ich nicht. Tobi? Tobi? Warte mal. Wir kriegen vielleicht gleich Gesellschaft. Wenn der kommt darf. Herr Sparta? Oh, Ostwind kommt. Scheiße. Sparta? Ja. Aber die sind so ein Ende. Einlicher Panzer Ostwind. Als ich bin, dann spiel nicht. Ich auch. Ich auch. Ich hab zwar noch nie gespielt, aber... Hört simpel an. Ich brenne, weil mich ne Flammenwerferpussi angezündet hat. To be stand fire! Ich... Des Andi is on fire! Kickin, kickin, kickin! Beide! Des Andi is on fire! Ja, ha ha ha! Habe ich ne Macht? Ja, du hast Macht ohne Ende hier. Bitte, kickin! Ostwind ist weg. Ja, ha ha ha! Komm her, du scheiß Sniper! Rekige Sniper brauchst gar nicht flüchten! Beim ACLB willst du mal schon zum Fenster kommen? Nein. Weil mein Bogen ist da nicht grad zu richtig auf Furcht hören, wenn ich jetzt loslasse, dann bist du ganz sicher weg. Also, der feiner Oberglecht den Punkt zurück. Noch ein Sprich neben uns, da zieht kein Mildetext mit so einem Arsch. Herr Klaa! Aua! Ich frage, kann ich den, ähm, Tobi eine, die Adresse geben? Na, bitte nicht. Ich hab zwar nicht dich gefragt, soll man den... Warte mal. Aber... Und der Tobi den anderen. Äh, Sparta? Ja? Was ist die Begründung? Da war grad einer noch da gewesen. Äh, kannst du den, äh, FG Wombat, äh, hier rein tun? Ja, tu mal bitte den Tobi rein. Och, maaaann. Ich will ein neues Strahlschutzgewehr. Nein, bitte nicht. Die Bea. Nein, bitte nicht. Ist die Bea noch online? Ja. Ja, die ist ja hier drin. Aber Tobi ist nicht drauf. Äh, ich, das... Darf ich ihm die Daten geben, dann lad ich ihn auf. Habe ich ihn noch schon. Ich bin ja... Ja. Ich bin ja... Ja. Ich bin ja... Ich bin ja... Ich bin ja... Tobi... Mach uns mal leichter. Ey, Tobi. Ich bin ja... Ey, Tobi... Ich hab noch zwei Leben. Was, Andi, du hast überhaupt ein Leben? Du hast ein Leben. Nein, nein, der hat dich erwischt. Was für ein Lack der. Was für ein Lack der. Was für ein Lack der. So. Joby. Ich krieg mich nicht mehr. Die Screenshots anschauen. Ja, ich muss mich erst mal hinbekommen. Ja, dann schau mal die Screenshots auf Stream an. Komm her, kommen alle her zum Maurice. Ich bin Tobi's XB Gamer und nicht mehr FB Wombat. Rafa Wombat. Ich hab ne neue Wombat. Hä, warum? Und der Andrii ist am Kneipp. So. Alter, Tobi macht die Pornos leichter. Gott, Mann. Ich schau mal, dass er in den Pornos noch besser ist. Genau. Ach, aber. Könnte mal ruhig sein. Wenn du mir einmal aufgebast, kommt das so hässlicher ACRP und schieß dich ab. Ist knapp. Ist klar. Ist klar. Wer hat verdient. Hattie mit dem Bogen. Hattie mit dem Bogen aus locker 15 Meter Entfernung. Was? Du sollst meinen Mitnamen ändern in. Tobi. Tobi. XB Gamer. Wird verlieren. Mit dem Mensch. Schnauze. Seil scheiß Eichernarbe. Ja, ist zu sauer, dass er reinkommen ist. Tobi. Tobi. Oh, das kriegt sie. Warum? Sie hat dich? Warum hat sie den Titel so blöd jetzt? Keine Ahnung, was du? Außerdem sie ist jetzt ganz raus. Sie hört, ähm, sie ist zwar noch im Channel, aber Kopfhörer aus. Alles klar. Alter. Er atmet, dass du existenziell festst, ja? ich nicht ich auch nicht ja, der war's hey, das reicht schon hau, halt dich knappe du reichst mehr als dass du redest ich glaube, es ist das beste, wenn ich jetzt die Aufnahme beende ach, scheiß die Wand an ah, es reicht nicht zu viel oh, warte so besser? ja so, stop aus